Noch ein Walkout, noch ein Walkout, bitte Champions League, bitte Champions League Nein, ich kann, es ist so weit, endlich meine erste Icon Jo, kommt einfach mal eine Tafel bei, nicht häufig, und kommt einfach mal Arthur Es muss Betsy machen, ja, Betsy Weil er gestern so viel Glück gebracht hat Ich finde, 1.400 Points, das ist so viel Geld, aber okay So, vielleicht ist ja was dabei Warte mal, Betsy muss in der Hand bleiben Kein Walkout, sowas blödes aber auch Mal gucken Das war kacka Ja, ein Walkout, Leute Ein Walkout, bitte in Champions League, bitte Champions League Karte Aha, ein Inform Ein Inform Walkout, Leute Quash mal hier, guck mal Wuhu Äh, ja, jetzt kann ich mal nicht meckern, oder? Die Maria ist auch noch dabei gewesen Alter Falter Ah, es ist ein Walkout, ich werd bekloppt Es ist ein Walkout, Leute Es ist gleich ein Live-Ding Ach komm, hör mir doch mal auf, ey Ja, ja gut Florenzi mal gezogen Zu außen nichts Oh, da kommt sogar die Mucke Guck mal hier Ars Rom ist mega gut drauf Und mit fast, mit allem schon eine Runde weiter Das heißt, er kriegt ein Upgrade Aber er wird wahrscheinlich maximal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 kriegen Also 91 Gesamtstärke Wenn er die Champions League gewinnen sollte Mit Ars Rom Noch ein Walkout Noch ein Walkout Und bitte Champions League Bitte Champions League Ne Icon Es ist so weit Endlich meine erste Icon Leider nur die Baby Aber ist doch scheißegal Ihr seid live dabei Wo ich meine erste Icon ziehe Ich werd bekloppt Ich werd bekloppt Es ist so weit Es ist so weit Da ist das erste Baby Ich glaub's jetzt nicht, ey Endlich Die erste Icon ist da Und es ist nicht Klose Wow, außen nix Alter Falter Die erste Icon ist da Wie geil Ich bin gerade auf 180 Ich meine, ne Pumpe Ich muss mal gleich mein Herzgerät holen Ich hab da so Wo man Puls messen kann Deswegen muss man meinen Puls messen Der ist auf 300 Alter Was ist denn hier los Jetzt bin ich ja mal gespannt Ich vermute Das ist jetzt nicht Die beste Karte Aber trotzdem Scheiß drauf Und die Bilanz Weiter im Positiv Verhalten jetzt Jetzt nicht mich Schon wieder blamieren Für die Öffentlichkeit Positiv Konzentriert Weiterspielen Uhuhuhu Okay Die Farben täuschen So gut ist es dann Auch wieder nicht Defensiv Ach Zwei super Abwehrspieler Ich hab gerade erst gesehen Dass jetzt Ronaldo drin hat Ich hab's gar nicht gesehen Dass Ronaldo drin hat Scheiße Den zu verteidigen Wenn er gut skillen kann Das ist doch jetzt nicht wahr Boah Griezmann Da ist er Da war er zum ersten Mal im Ballkontakt Da hat er eigentlich nicht mal gut gespielt Und da ist er Er macht sein Tor Ich kritisiere ihn Und er macht das Tor Leute Mit zwei Millionen Euro Äh Dollar Im Horkoinsen Könntest du Ronaldinho kaufen Recht ist der eine Zwei Millionen wert Alter Wenn der jetzt reingegangen wäre Dann hätte er aus zwei Chancen Zwei Tore Dann kann ich gleich behalten Dann sind er 800.000 Coins wert Ich sag jetzt immer der Spanier Weil ich kann seinen Namen nicht aussprechen Ja Doppelpack Der hat einen Doppelpack Boah Was ist das für eine geile Babykarte Leute Alter Was ist das denn Für eine geile Babykarte Leute Der rockt hier Was war das denn Gieß man der ganz kreative Ne Na ja Er macht jetzt super Pressing hier Oh Der muss drin sein Ja Marcelo für Alba Ne umgedreht Alba für Marcelo Marcelo hat mir Richtig viele Probleme Hinten gemacht Seit ich Alba drin habe Stehe ich besser Nur jetzt nicht mehr Wie ihr es merkt Ja Leute Na guck mal Da ist wieder Putar Was für ein Name Leute Jetzt macht er einen Hedrick Das hätte ich ihm aber Gegönnt du. Modric mit dem Doppelpack. Da war ein bisschen Glück dabei, ne? Aaaaaah! Aaaaah! Das gibt es doch nicht, aber Zufallsfaktor ist echt auf meiner Seite, tut mir ein bisschen leid. Ja Leute, nachträglich in diesem Video möchte ich euch gerne auf dem Laufenden halten, besonders die, die mich natürlich in den Livestreams verfolgen und sich dafür auch interessieren. Wir hatten nämlich in diesem Livestream überlegt, ob wir Butter, so wie wir ihn dann genannt haben, verkaufen sollen oder nicht verkaufen sollen und ich habe dann ein paar Trading-Leute gefragt, ein paar erfahrene Leute auf Twitter gefragt und da wurde mir empfohlen, bei Butter kann ich machen, wie ich will, weil die Icons, die Preise sich eh teilweise nicht ändern, aber Florenzi, habt ihr ja in dem Video auch gesehen, wurde gezogen und da wurde mir geraten, in dieser Woche, jetzt in dieser Woche, bevor Black Friday und so losgeht, erstmal die Champions-League-Live-Karten teuer zu verkaufen, denn die Wahrscheinlichkeit, laut den Trading-Leuten, die wirklich Pros da drin sind, werden die nämlich wieder billiger, das heißt zum Beispiel, du machst Profit und kaufst dann einfach Florenzi wieder billiger zurück, also so ungefähr vermutet man das Ganze und da ich ja Florenzi jetzt nicht unbedingt brauche, auf meiner rechten Seite, habe ich jetzt gedacht, ich verkaufe ihn mal. Ich habe ihn für 189.000 Coins verkauft und hoffe, dass ich ihn für 50 oder 30% irgendwas so im Dreh wieder günstiger kriegen kann, wenn ich überhaupt möchte. Butter habe ich am Sonntag ebenfalls verkauft für 800.000 Coins. Ist das auch die richtige Entscheidung? Ihr habt in dem Spiel gesehen, dass er ganz toll war, also das Premieren-Spiel von ihm war der Hammer, das Debüt, aber danach wurde er schwächer und schwächer und du kannst in den höheren Spielen der Weekend League ihn leider nicht gebrauchen, deswegen lieber die 800 Coins. Im Gesamten seht ihr hier in der Web-App, dass ich jetzt zum ersten Mal in der Geschichte doppelter Millionär bin mit 200.000.000, 52.000 Coins. Die spare ich mir jetzt und überlege mir was ganz Schlaues. Also nichts hier einfach ausgeben, sondern wirklich sparen, vielleicht für ein gutes SBC nutzen, für ein gutes Play-of-the-Monts-Spieler oder sonst irgendwelche Geschichten und sonst sparen. Entweder für CR7 oder für eine ganz, ganz hohe Icon. Das überlege ich mir dann auch. Ich wollte nur, dass ihr Bescheid wisst. Lasst einen Daumen für dieses Video nach oben da, das würde mich freuen. Die erste Icon ist da. Übrigens habt ihr alle verloren, die meisten haben nämlich gevotet, dass Klose meine erste Icon wird. Nein, es wurde Butter, wie wir ihn jetzt ja immer nennen. So, ihr habt also alle verloren. Bis dann, ciao. Outro